Servus Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Lagersystem bauen könnt. Ich hatte euch schon mal ein Lagersystem vorgestellt, das verlinke ich euch jetzt rechts oben beim i. Dieses war aber allerdings ein bisschen komplizierter. Diesmal baue ich ein Lagersystem mit einer vereinfachten Redstone Technik. Ihr seht es hier von der Seite. Und ja, los geht's. Anfangen tun wir mit drei Blöcken auf dem Boden. Rüben und drüben einen Block hoch, auf der einen Seite dann noch einen Block hoch und hier noch einen drüber. Dann nehmen wir einen Redstone Repeater, ohne ihn zu verzögern. Plötzlich nehmen wir hier oben hier und hier Redstone und hier einen Comparator. Hier unten dran platzieren wir noch auf der Höhe des Repeaters eine Redstone Torch und hier oben noch einen Hopper, der zum Comparator hin zeigt. Hier können wir jetzt hergehen und meinen Hilfsblock platzieren. Hier zwei Chests, also eine Doppeltruhe. Bauen, hier noch einen Hopper ranzeigen lassen und fertig ist ein Segment. Dieses Segment könnt ihr jetzt beliebig vervielfältigen. Es ist also egal, wie oft ihr das macht oder aneinandersetzt. Fakt ist, dass es genauso aufgebaut sein muss. Wenn ihr das Ganze so oft vervielfältigt habt, wie ihr es braucht, dann könnt ihr hingehen und die Trichter zum Sortieren erstmal befüllen. Es gibt jetzt zwei Varianten. Einmal die Variante, dass ihr ein Item nehmt, 22 mal. 22 mal. Und es jetzt mit Rechtsklick hier drüber zieht und in das letzte Feld einfach loslassen und mit Linksklick drauf tun. Sodass da jetzt 18 sind und auf den anderen nur einmal Redstone. In diesem Falle. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt Redstone reintun, sondern einfach nur zum Zeigen. Wenn also jetzt hier drüben, hier drüber, ähm, wir haben noch was zu bauen, das können wir mal noch schnell machen. Hier die Hopperreihe, die die ganzen Items zusortiert. Bauen wir die mal ganz fix. Denkt aufpassen. Denkt dran, dass die nicht irgendwie mit den Unterren verbunden werden, die Hopper, sondern immer mit den Vordrungen. Hier drauf können wir eine Chess platzieren. Am besten eine Doppelchess. Denn hier kommen alle Items rein, die nicht ins Lagersystem gepasst haben oder nicht einsortiert wurden konnten. Hier oben können wir eine einzelne Truhe drauf platzieren. Und dann haben wir das Zusortiersystem quasi fertig. Jetzt gehen wir her. Jetzt können wir hier oben einmal Redstone hineinwerfen. Oder zwei, dreimal. Zack. Und jetzt werden wir sehen, das Ganze funktioniert. Es hat also das Redstone einsortiert. Hier sind jetzt zwei angekommen. Warum nur zwei? Weil die Fackel diesen Trichter nämlich immer blockiert. Das ist alles richtig so, wie es gemacht wurde. Oder das, wie das jetzt passiert ist. Das muss so. Das ist normal. Dass hier jetzt ein einziges Redstone-Item drinne liegt. Die können wir jetzt wieder rausholen hier. Und so müsst ihr das jetzt weiter machen. Die andere Methode wäre natürlich, dass ihr hergeht und sagt, ich will das anders machen. Das heißt, ihr nehmt euch einen Envil und am besten irgendeinen Block. Ich habe mir jetzt einfach mal Sticks genommen. Also Stöcke. Ich benenne die jetzt um. Entweder in Stock. Oder halt einfach in irgendwas. Also gebe ich einfach wild irgendwelche Buchstaben ein. Ziehe die Hand einmal quer über die Tastatur. Und so würde ich die dann am besten umbenennen. So. Das müsste man dann einheitlich machen. Also. So hier. Da könnt ihr den Envil wieder wegmachen. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann gehen wir hin. Platzieren jetzt 21. Halt. 21 Stöcke. Pro Segment. Was ich vorhin erwähnt hatte. Die Segmente haben wir ja vervielfältigt. Brauchen wir also 21 pro Trichter. Wir gehen jetzt also rein. Platzieren hier drüben 21 Items. Sind also hier drüben 18. Und hier drüben auf den rechten drei Feldern. Nur ein Stick. Und hier vorne tun wir dann ein einziges Redstone hineinlegen. Und schon ist es fertig. Das sind also jetzt insgesamt auch 22 Items. Wie vorher. Wo ich nur Redstone hineingelegt habe. Ich finde es auch so besser. Weil wenn jetzt zum Beispiel Eier einsortiert werden. Die können ja nur zu 16 auf einmal gestapelt werden. Und dementsprechend könnte man mit 18 Eiern nicht. Also 18 Eiern nicht auf ein Stack packen. Da würde das bei Eiern also nicht funktionieren. So aber schon. Da das hier vorne nur einmal verwendet wird. Auch wenn ich jetzt hier oben wieder Redstone hineinhaue. Wird das ganz einfach einsortiert. Und zack ist es schon wieder drin. Wir können mal noch ein bisschen mehr reinhauen. So ungefähr. Und ihr seht es zählt hier wieder alles Redstone rein. Auch hier bleibt wieder hier unten ein Redstone drin. Und ihr seht die Fackel ist erloschen. Weil hier gerade was einsortiert wird. Das Ganze könnt ihr jetzt mit allen anderen Trichtern machen. Damit das einsortiert werden kann. Natürlich könnt ihr auch einfach hergehen. Und alle Stöcke mit dem Linksklick gedrückt halten. Hier drüber ziehen. Dann sortiert das auch so ein. So würde das auch funktionieren. Also ihr müsst das nicht unbedingt mit hier ein und dort 18 machen. Das ist mir jetzt zum Schluss noch einmal eingefallen. Und dann können wir auch noch einmal probieren. Ob das auch funktioniert. Also ich habe das Ganze noch einmal. Das Ganze jetzt noch einmal probiert. Können wir die schon einmal reinhauen. Und die wird jetzt alles einsortieren. Und wir können aber auch noch einmal hergehen. Und das Ganze noch einmal quasi dekorieren. Damit wir wissen welches Item jetzt. Wo einsortiert wird. Hier vorne ist es zum Beispiel Redstone. Dann hier kommt Emerald. Hier kommt Dia. Hier kommt Eisen. Und hier kommt Gold. Können wir die Items auch noch mit reinhauen. So. Und wir können auch mal gucken, dass das nicht mit einsortiert wird. Kann ich euch auch noch einmal zeigen. Hauen wir das mit rein. Und das dürfte dann hier hinten wieder rauskommen. Habt ihr das gesehen. Also das konnte hier unten nicht mit einsortiert werden. Deswegen ist es da hinten rausgekommen. So Leute. Das war es wieder mit diesem Tutorial. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und wenn ihr kein weiteres Tutorial mehr verpassen wollt. Könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Checkt auch unbedingt die Links unten in der Videobeschreibung ab. Insbesondere den YouTube Jonas. Das ist ein Kumpel von mir. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin Leute. Ciao.